Liebe Zuschauer, die Vorbereitungen für die kommende Drückjagdsaison sind im vollen Gange, während unsere für diese Folge DOZ News bereits abgeschlossen sind. Herzlich Willkommen! Für viele Grünröcke keine Überraschung, doch jetzt auch offiziell. Deutschlands Läger blicken auf ein erfolgreiches Sauenjagdjahr zurück. Mit mehr als 820.000 Wildschweinen wurde im Zeitraum 1. April 2017 bis 31. März 2018 so viele Stücke erlegt wie nie zuvor, so der Deutsche Jagdverband nach den ersten Auswertungen der Jagdergebnisse aus den Bundesländern. Gegenüber dem Vorjahreswert entspricht das einer Steigerung von knapp 40 Prozent. Jäger sollen am Ball bleiben und Wildschweine weiterhin intensiv bejagen. Letzte Woche berichteten wir erstmals vom ASP-Vorkommen in Belgien. Seit dem Ausbruch am 13. September wurden bislang neun Fälle von afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen registriert. Belgische Hausschweine sind Behördenangaben zufolge nicht betroffen. Dennoch haben einige Länder, darunter China, bereits ein Importverbot für belgisches Schweinefleisch verhängt. In Rastorf bei Schleswig-Holstein kam es Mitte September zu einem ungewöhnlichen Fall von Wilderei. Ein Hirsch verendete infolge eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 202 zwischen Rastorfer Passau und Wittenberger Passau. Sofort wurde der zuständige Jagdausübungsberechtigte verständigt. Doch bevor der Jäger den Hirsch einsammeln konnte, kam ihm ein Wilddieb zuvor, der es nur auf das Haupt des Stückes abgesehen hatte. Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizei Preetz. Wieder machen Tierrechtsorganisationen in sozialen Medien mit prominenter Unterstützung Stimmung gegen nachhaltige Jagd in Afrika. Derzeit steht Brittany Longoria im Fokus, die als Wissenschaftlerin ökologische Tourismuskonzepte in Afrika entwickelt, die die Jagd mit einbeziehen. Der jungen Jägerin wurde offensichtlich ein Bild zum Verhängnis, das ein amerikanischer Tierrechtler auf Instagram einstellte. Zwischenzeitlich bedrohten Tierrechtler die Jägerinnen mit Hassmails, die zum Mord und Vergewaltigung aufrufen. Der internationale Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd und der Deutsche Jagdverband betrachten derartige Hetzereien mit Sorge. Von einem Gesetzesverstoß berichtet auch die Bundespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Bei einer Fahrzeugkontrolle nahe Triebsees endete die geplante Jagdreise nach Polen für einen dänischen Jäger vorzeitig. Zwar hatte der nordische Grünrock seinen europäischen Feuerwaffenpass und seine dänische Waffenbesitzkarte dabei, doch war die WBK bereits seit einem Monat abgelaufen und damit die Eintragung in den europäischen Feuerwaffenpass ebenfalls ungültig. Wir kehren nun zurück an den Schreibtisch. Herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil!